Mein Name ist Christoph Wacht. Ich bin Inhaber der Firma Farben Eckert. Wir haben mittlerweile 345.000 Produkte bei uns im Programm. Nachdem wir ein Farbengeschäft sind, haben wir natürlich auch Wandfarben, Lacke und Öle bei uns im Sortiment. Auch im Künstlersektor legen wir natürlich Wert auf die Nachhaltigkeit und wo das Ganze produziert wird. Bei uns können Sie natürlich den Altstadt 10er einlösen oder auch kaufen und gleich anschließend nett verpacken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017